Am vergangenen Sonntag starteten über 350 Teilnehmer in Klettwitz zu den Landesmeisterschaften im Straßenradsport. Die Rennen fanden auf einem rund 14 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel in der Kostebrauer Straße statt. Von dort aus ging es über eine kurven- und steigungsreiche Strecke nach Kostebrau, weiter nach Schipkau und wieder zurück. Bei schönstem Radfahrwetter konnten Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 45 kmh erreicht werden. Auch Klaus Prietzl, Bürgermeister der Gemeinde Schipkau, fand es eine gelungene Premiere und schaut schon zuversichtlich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.